Na, endlich hat es geklappt mit dem Speicherstand, den ich dann laden kann. Ah, nee, das war gerade ein Theater, jeder glaubt er mir gar nicht. Dass ich diesen Speicherstand wieder hingekriegt hab. Boah, das Spiel ist mir, nachdem ich gegen Augsburg 1-0 gewonnen habe, abgeschmiert. Zum Glück erst nach dem Spiel. Wäre ja scheiße gewesen, wenn es während des Spiels gewesen wäre. Naja, ich hab lange, lange, lange versucht, den Spielstand wieder herzurichten. Dann hab ich das bei Facebook gepostet und siehe da, im Offline-Modus muss man den Spielstand laden. Und dann kann man das auch wieder ganz normal laden. So, wir gehen gegen die Hähnchen wieder ran. Und schauen mal, ob wir gegen Isolon gewinnen können. So. So. 2 3 3 4 6 7 7 7 8 8 20 und die Ferro. I get everybody. I'm Gary Thorne along with Bill Clement and tonight we'll have this one between these are lone roosters and D.E.G. Metro stars. Alles klar, so. Ach, schade. Naja, wenigstens können wir jetzt wenigstens da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich dachte schon, ich müsste das komplette LP abbrechen. Was war das? Hä? Kein Tor? Hä? Der gibt das Tor doch sowieso, oder? Darf ich doch! Na ja, okay! Hey! Uiuiuiui! Ja, ja, ja! Stopp-Schlag! Und jetzt geht am laufenden Wand mein Bild schon wieder weg! Was soll denn der Kack schon wieder? Huch! Da sollte der Puck doch gar nicht hin! Uiuiui! So! Ah, schade! Ah, was ist das schon wieder für ein Dreck Powerplay, Mann! Mann! Der angebliche Kelly! Mann, 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 das gibt's doch nicht! Das ist ja schon wieder. Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Ja, James! Ah! Ah! Ah, Gott! Ja, ihr seid! Ja, ihr seid! Naja, also auf jeden Fall soll es ein harter Fehler sein, dass sich ihr Sport am laufendemann aufdeckt beim Laden. Das soll wohl ein, 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 ein harter Fehler sein. Aber da ich ja den Online-Modus jetzt eh nicht brauche, können wir uns auch da hinten abgeladen lassen. Also von daher... Alles halb so wild! Was war das denn? Ey, du Sackgesicht, du! Da sollte der doch gar nicht hin, Mann! Stockschlag! Schon noch ein Stockschlag! Shit, Hank! Das ist da! Nichts da! Ah, Mann! Komm, Roach, los! So, Kreuzer! Diese Saison noch kein Tor für dich! Und mal wieder über das Tor hinaus, geil! Oh, nein, 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 nein! Wann! Wir zeigen mal wieder die Rücke auszuziehen und die Hosen an! Und dein ersten Drittel ist gleich schon vorbei! Ah! Ach, da stand noch einer! Mist! Hab ich ja gar nicht gesehen! Oh, Mann! Pass up the wing to Roy! Ja, erste Drittel vorbei und es steht... Leider, leider, leider Gottes, ähm... 1-0! Naja, aber wir haben ja noch zwei Drittel! Alter, ich sehe im Moment gar nichts von außer roten Streifen! Geil! Boah, Pokolok macht doch mal irgendwas! Was? Alter Schwede, Herr! Iselund spielt hier gerade ein bisschen zu aggressiv! Ah, Mann! Diese Strafe! Was hab ich denn hier gemacht? Oh, Mann! 2-2! Oh, Mann! Oh, Mann! Na komm! Komm, Box dich! Mann! Oh, muss auf! Tja, aber es soll auch мех Bryce nicht so bleiben! Tja, nie höre! Ja, kann drauseln spielen! Oh, Mann! Hör FOIS! Und du? Ich hab noch gar nicht. Oh, Mann! Ja! Mann, ich hasse Iserlo. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, Mann. Das wird doch nicht ein Spiel sein, was ich verliere. Boah, weg mit dir. Ach, shit, Ding. Ja, schon wieder, oder was? Ey, und da ist schon wieder das Bild weggegangen, Mann. Ja, ganz toll. Ich sag, damit schrieb er viel zu vieles Platz mit ihm, Mann. Oh, wenigstens Bulli gewonnen. Nein, wenigstens Bulli gewonnen. Oh, wow. Ah, stehen die sich schon wieder gegenseitig im Weg hier. Oh, wow. Oh, wow. Mann. Oh, 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 nein, 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 Mann. Ach, ach, ach. Mann. Oh, wache. Bis dato ist jedes Spiel zu Null ausgegangen, ob ich jetzt zu Null verloren habe, oder zu Null gewonnen habe. Aber jedes Spiel ist bis dato zu Null. Ist doch auch blöd. Ah, da hat er den Punkt nicht unter Kontrolle gekriegt. Tremendous hit. The Metro Stars' penalty is over. Returning to the ice now, that'll be even strength. Well, it looks like they want to go, but I wonder why they're not. Ich wag dieser Lohr nicht. Oh, stop, 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 stop. Und natürlich keine Strafe. Was war das denn gerade? Haben die gerade den Holternamen gerufen, oder was? So. Meine Güte, warum geht der Quilt jetzt am laufenden Wand weg? Sieht auf jeden Fall schlecht aus. Das sieht nach einer Niederlage aus. So, Abspielmöglichkeit. Freibau. Ach, Mann. Ach, Mann. Und schütz. Nein, Mann! Das gibt's doch nicht! Boah. Alter Schwede! So viel Pay kann doch keiner haben, oder? Ja. We conclude the second period. These are long's first two periods of flight. They've got a lead and a red hot goaltender. Boy, they'd better have a red hot goaltender in the third, unless they could be better in front of them. So, wieder ist das Bild weggegangen. Auf geht's ins letzte Drittel. Woher hin? And another is the way down. In the other direction and... No, no, no. Mann, 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 Mann. Irgendwas muss da jetzt hier passieren. Irgendwas. Der Pedaloo schon wieder zurückgespielt. So. Und Strafe. W 30. W退ett, W 30. W 12. W 31. W 17. W 15. W 15. W 16. W 18. W 17. W 17. W 8. W 18. W 17. So, jetzt muss irgendwas passieren. Naja, man, der könnte es nicht an diesem Versuch. Oh oh, zwei ging ein. Gut, aber. Oh, Reimer. Alter, Schöne. Ähm, okay. Nix da. Der hat ein Tor erreicht und ich habe noch 13 Minuten in den Ausgleich zu schießen. Das Ding will nicht da rein. So. So. Okay. Ach, scheiße. Mann, 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 Mann. Roy. Rockschlag. Natürlich und keine Strafe für Iserlohn. Wie immer. Ja. Hier kommen wir, zwei-on-one-Opportunität. Der Puck ist nicht, wo er umschte. Und er konnte wirklich nicht viel aufhören. Nein, nicht. Aber... ...woh. 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 Ah. So, jetzt ab nach vorne. ... ... ... Das kann doch nicht. Ja, endlich. Und Murphys Gesetz hat die dazu geschlagen. Und das wird dann erste Spiel seit, was äh, nicht zu Null ausgeht. Alle Teams können sagen, eine weitere ist wahrscheinlich genug. Ja, und die Stage ist set, um jemanden zu sein, um jemanden zu sein. Es wird ein fantastischer Finish sein. Jetzt aber nicht wieder im Anschluss direkt die Gegentreffer. Äh, äh... Kopp, 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 kopp! Ja, das gibt's nicht! Oh, 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 nein, 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 nein Knapp, ich dachte das Ding, äh, geht rein. Also, ich habe es schon drinnen gesehen. Ah, zu fest gepasst, man. Alter. Jetzt wird es Iserlohn aber wissen, was? Nice, Riesp, save. Good play to hold that in the zone. Ah! So, jetzt aber Attacke. Lass mich ruhig, Hähnchen. Ist verabschied. Ist verabschied. Mann. Und da ist er, ist Bildschirm wieder weggegangen. Irgendwas habe ich hier falsch eingestellt. Ja. Ja, Lex mit oben. All score! Das war's. Ich würde es nicht verabschieden. Ich würde es nicht verabschieden. Aber es ist ein Ich würde es nicht verabschieden. Aber es ist ein Mann. naja so, der Ende und die Musik ist auch wieder weg 2-3-1-0 ich hab doch schon mehr Sieger als 2, oder? so, das nächste Spiel was ist los? Berlin hat 5 Niederlagen in Folge sehe ich das richtig? Tabelle wo sind wir denn? Mannheim, Hannover, Ingolstadt, Augsburg Wolfsburg, Nürnberg, Iserlohn, Krefeld wir sind nur noch 9er und Berlin ist letzter ach du meine Güte ok so, ich bin jetzt erstmal die Aufnahme habt noch einen schönen doch, macht was draus und bis dann tschüss tschüss